Ritzeldirats und willkommen zurück bei Dead Bad Daylight. Ich spiele Nick Cage und ich muss mich 120 Sekunden im Terroradius des Killers verstecken. Das ist ein bisschen räudig, weil das wird wahrscheinlich nicht so eine ultra spannende Runde. Ist das Whisky? Hallo? Okay. Okay. Ich muss hier noch weiter. 120 Sekunden, 120 Sekunden. Und schwapp. Okay. Okay. Und wer ist hierher, der Johnny Baird? Lass uns in Ruhe. Ich mache weiter. Ey Leute, 120 Sekunden im Terroradius des Killers ist ja echt brutal. Jawoll. Das war ein guter Move. Die gehören auch zusammen, die zwei Johnnies. Oh Gott. Oh Gott. Das Reverend fühlt sich gerade ewig an. Oh, er hat eben einer verpasst. Oh Gott. Wie ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß. Ach, Schwein. Na, so ein Stein natürlich. Weiter im Text. Durch Observierung habe ich jetzt auch schon Sau viel gesammelt. lass mich Mist Entschuldigen Sie Wohin werfen Sie mich? Sausack Shit Riesen-Turn gemacht Hallo Danke Ich brauche eine kleine Diokiste da hinten Puh Wer helfe ich da jetzt noch schnell? Warte Ist hier sowieso am Wursteln, hier sind noch jemand zusammen Sorry Sau dumm Einfach nur Sau dumm von mir Wenn ihr nicht im Team habt Hoffe ich keine Fallen mehr So Schnell Lass mich Lass mich Okay Ich würde gerne wieder an meinen Jen Wer war mal weit Schnell 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 Okay, er sieht uns nicht, aber sie bringt ihn natürlich blöderweise direkt hierher. Kann sie mal woanders jagen? Okay, was macht er sowieso? Ich meine, dasht er mal voll durch die Gegend? Gehen wir nach da drüben. Wahrscheinlich zählt das hier jetzt immer noch nicht. Weiß man was heißt, ich guck mal, weil ich weiß gar nicht genau, was im Terroradius verstecken ist. Also wirklich nur, also zählt das jetzt schon? Nee, nein. Probably not. Gut. Er hat noch keine aufgehängt. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Er ist auch voll nicht an mir drangeblieben, ne? Ich weiß gar nicht, wieviel Stacks hier normal sind auf, oder maximal sind. Auf Observierung wahrscheinlich vier. Na komm, bringen wir her. Er hat natürlich auch ein riesen Terroradius, eigentlich ist der perfekte Killer jetzt für mich. Für, ähm, diese Daily, was gar keine Daily ist, sondern einfach eine normale Herausforderung. So. Wir sind gleich fertig. Ich glaub, der andere, der Looking for Female, ist wahrscheinlich am Retten. Dachte ich jetzt ehrlich gesagt, aber... Vielleicht auch nicht. Hey! Bleib stehen! Ich hab doch eine Kiste! So. Bitteschön! Oh, Gammlerin! Das hätt ich gleich machen können. Meine Güte. Oh, der ist schon zur Hälfte fertig. Mist. Bringt ihn woanders hin. Er hat auch die Lunte gerochen. Okay. Versuche ich mal zu retten. Oh! Sei! Sausack! Na gut, ich hänge es erstmal. Da kann man nichts sagen. So, wo sind denn überhaupt die Ausgänge? Gleich nochmal. Oh Gott! Ach du Scheiße. Der wird mich doch nicht gehen lassen. Ich weiß es nicht, wo die Ausgänge sind. Das ist schlecht. Die heilen sich. Wo ist die, die... Mhm. Das ist ja ungewinnig. Warum lässt sie sich den jetzt auch hier jagen? Aber vielleicht will sie den auch weglocken. Kann er auch sein. Ich weiß es nicht, wo der... Ich weiß es nicht, wo der... Da klingt alles ganz scheiße. Komm. Jawollo. Ich weiß nicht, was ich hier mache, Leute. Da renne ich nicht gerade volle Möhre in den Johnny rein. Das ist unverschämt. Jetzt bin ich die einzige Dussele. Hallo. Ich bin tot. Ich bin auch so dumm gerannt, Leute. Ich habe nur noch Slapstick gewesen. Da war ich auf einmal wieder an der Treppe hin. Was habe ich da gemacht? Tschau, Kakao. Aber vielleicht habe ich mich 120 Sekunden versteckt. Ich weiß nicht. Da hätte ich wahrscheinlich die Anzeige bekommen, oder? Dass ich die Herausforderung geschafft habe. Aber ich habe auch nicht darauf geachtet. Was ich ganz ehrlich sagen. Fuck. Oder? Doch, ich habe es geschafft. Yes. Was hatte er denn eigentlich? Da habe ich gar nichts mitbekommen, was er hatte. Ja, stimmt doch. Ausbruch haben wir mitbekommen. Okay. Alles klar. Na gut. Schade. Dann habe ich auch noch die wenigsten Punkte bekommen. Geil. Geil.